So Pixel-Schatz, magst du einmal ganz alleine rausgehen und deine Glocke läuten? Guck mal, die steht da hinten. Geh mal läuten. Ja, musst du noch ein bisschen weiter gehen. Komm, schaffst du. Hier, pass auf. Läuten, wo ist deine Glocke? Das ist die Kamera. Ja, das ist nicht deine Glocke. Wo ist die Glocke? Geh läuten. Pass auf. Pixi? Guck mal läuten. Du möchtest lieber diesen Wuschel-Puschel hier haben. Na komm, dann gehen wir mit dem Wuschel-Puschel zur Glocke. Komm, ding, 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 ding. Oh, ob der es wohl überleben wird bis zur Glocke? Ding, 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 ding. Oh, vorne ist zu weich. Der läutet dann kaum. Ah, ja, ja, ja. Wuschel-Puschel. Ein Wuschel-Puschel fürs Pixi. Tiki, 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 tiki. Geschnappt. Geschnappt. Tiki, 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 tiki. Der wuselt dich ab. Komm, Leute. Jawohl. Und schreddern. Schreddern. Oh, du hast ja schon geschreddert. Wie ich sehe. Guck mal da. Da ist dein abgeschreddertes. Willst du dir das holen gehen? Jawohl. Beute gemacht. Prima. Tollamos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.